herz ist so leute ganz kurz als info ist mit krank und das gefühl dass ich mein film des video was jetzt aufnehmen wo es probiert möglichkeit nicht die ganze aufnahme zu verhusten ich kann es einfach nicht weg also wenn man sich glaubt ihr hört es mutig sind mich hat eine richtig richtig fette erkältung erwischt mit fieber im bett also richtig fette grippe deshalb werden wir sagen ich bis zum ende der woche keine videos kommen ich habe noch ein paar vor produziert die kommen jetzt noch tage aber es reicht alle male bis donnerstag nicht länger ich möchte uns wundern wenn es keine live streams kommen wie gesagt die krank und ich bin zu einer lage nicht aufzunehmen das stream weil ich die ganze zeit einfach nur husten wurde trotz irgendwie sowas tut mir leid ähm so war dass ich bald wieder gesund wird um eben videos machen zu können so viel akzeptiert das jetzt tut mir leid ähm ja das nur als info ich bin raus legt mich ins bed und ciao ähm ja das ist